Guten Tag, mein Name ist Nikolaus Fest, ich bin Abgeordneter der AfD im Europaparlament und ich bin gegen den grünen Impfpass der EU. Warum? Ganz einfach, ich bin Mitglied im Rechtsausschuss der EU und dort traf ich auf den Kommissar Reinders, der auch für diesen grünen Impfpass zuständig ist, und auf die Fragen, welche Daten für den grünen Impfpass erhoben werden, wie lange und wo sie gespeichert werden, wusste er jedes Mal keine Antwort. Er sagte, das sei alles noch in Verhandlung, aber wir sollten vorsorglich schon einmal zustimmen. Wenn man mit einem Gebrauchtwagenhändler über den Ankauf eines Wagens verhandelt und der wüsste nicht, wie viel Vorbesitzer der Wagen hatte, wie viel Kilometer er gelaufen ist und ob er vielleicht oder nicht einen Unfall hatte, würde man diesen Wagen nicht kaufen. Und erst recht würde man den Wagen nicht kaufen, wenn der Händler noch nicht mal eine Zulassung hätte. Und genauso ist es hier. Auch die EU hat im Grunde genommen keine Zulassung, weil sie für Gesundheitsfragen nicht zuständig ist. Das ist allein Sache der Nationalstaaten. Und deshalb bin ich eindeutig gegen den grünen Impfpass. Vor allem aber, weil wir überhaupt nicht wissen, wohin unsere Daten gehen und wer sie möglicherweise bekommt. Möglicherweise bekommen sie Krankenkassen, möglicherweise bekommen sie Pharmaunternehmen. All dies will ich nicht und deshalb ein klares Nein zum grünen Impfpass.